Der mutmaßliche Messerangreifer von Solingen sollte eigentlich im vergangenen Jahr nach Bulgarien abgeschoben werden, da er über das Land in die EU eingereist war. Die Behörden bestätigten der Nachrichtenagentur dpa entsprechenden Medienberichte. Zuvor war demnach sein Asylantrag in Deutschland abgelehnt worden. Die Abschiebung scheiterte jedoch, weil der 26-Jährige abtauchte. Er wurde verdächtigt, am Freitag drei Menschen getötet zu haben. Etwa 24 Stunden nach der Tat stillte er sich. Alexa, Wetter. In Berlin beträgt die Temperatur momentan 12 Grad Celsius bei teilweise bewölktem Himmel. Heute ist mit wechselnder Bewölkung sowie einer Höchsttemperatur von 26 Grad und einer Tiefstemperatur von 12 Grad zu rechnen. Sehr angenehm. Alexa, Wetter für morgen. Morgen ist das Wetter in Berlin sehr sonnig mit einer Höchsttemperatur von 27 Grad Celsius und einer Tiefstemperatur von 16 Grad. Und, Alexa, Spruch des Tages. Hier ist der Spruch des Tages für den 26. August von Johnny Depp. Mich faszinieren stets Menschen, die als völlig normal gelten, weil ich finde, dass sie am seltsamsten von allen sind. Passt auf euch auf, kommt gesund durch den Irrsinn. Es ist ein Lühe aus Berlin. Aus Berlin. Aus Berlin. Untertitelung des ZDF, 2020